Ich bewege mich mal auf Stammtisch, Nefau, ja? Also, es kann nicht angehen, dass wir als Gesellschaft darüber diskutieren, wie viele Millionen irgendwelche Leute oder Manager erhalten, während die Menschen in dem sozialen Bereich, im künstlerischen oder in der Entwicklungszusammenarbeit um jeden gottverdammten Pfennig kämpfen müssen. Da läuft etwas total falsch, jetzt mal ehrlich, ne? Anyway. Was ich noch erzählen wollte? Da war mein allererster Termin in Hamburg, in der Hafencity. Du hättest mich sehen sollen. Total verlaufen, das ist ja noch alles Baustelle. Und da traf ich den Großdirektor von der Hafencity, mitten auf der Straße. Wir kamen ins Gespräch und dann sagt er, Wissen Sie was? Alle meinen, die afrikanischen Länder und die südlichen Länder brauchen Entwicklung. Aber auch wir hier in Deutschland, Wir brauchen Entwicklung. Entwicklung in den Köpfen. In jeder Hinsicht. Das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Vielen Dank. Das hat er gesagt.